Jo, servus Leute und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead und schon mal etwas im Voraus, ich werde diese Aufnahmesession hier nämlich in zwei Folgen splitten, das heißt wenn die Aufnahmesession jetzt eine Stunde lang geht, dann habt ihr zwei 30 Minuten Folgen und könnt euch freuen, aber wenn sie halt nur eine halbe Stunde lang geht, dann habt zwei 15 Minuten Pause, aber ist ja eigentlich auch egal, wir sind stehen geblieben, wenn ich mich recht erinnere, immer noch, ne wir sind jetzt in die Stadt gegangen, ja wir sind jetzt in der Stadt angekommen, mit Kenny und Carla und Duck und Lee und Clem. Oha Ich glaube der ist nicht freundlich Ne, das war keine gute Idee Das ist schon mal gut, oh hi Zwei neue Okay, ich weiß nicht ob das uns saved Na danke Wir haben Kinder, wir sind okay, immer ruhig bleiben Wir sind okay Ich weiß nicht, ob das Ja, okay, ja, ey. Eine Minute. Ja, wir sagen mal gar nichts. Nee, er wurde nicht gebissen. Er wurde nicht gebissen. Nein, er wurde nicht gebissen. Wir müssen das jetzt enden. Über mein Todes. Wir fangen einen hole. Nein, ich erneut ihn. Es gibt keinen Biss. Er ist gut. Wir haben schon gesehen, das passiert. Wir lassen jemanden mit einem Biss bleiben, und wir werden alle gebissen. Wir müssen ihn weg. Kenny, stop ihn! What do we do about this guy? Dad, it's just a boy. Lily, I'll handle this. But your heart, Dad. You need to go down. We reason with him. With the bloody end of an axe handle maybe. Nobody threatens my boy. Everyone chill the fuck out. Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you. Shut the fuck up. They will find us. And they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how you turn. He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting him is getting eaten alive. Dad, we get it. It's a big deal. Do you? You're not fucking there. You're not fucking there. Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, cat. Just worry about duck. Lee. Yeah? There's someone in there. It's just locked. Keys behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find a bite. Watch. She won't. And if she does... The first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. She'll turn fast. And then... He's a little boy. I think we can handle him. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen, Pettis. And we're tossing him out now! Give him one, Kenny. Jesus! Oh man! Oha! Jesus! Clementine! Ach man, immer dieses scheiß Bein. Warum musste der sich auch verletzen? Ich seh nichts. Äh, Rettung Clementine. Ja, find ich, find ich gut. Kannste mal machen. Geh weg von ihr, du scheiße B****! Darf ich wieder Buttons smashen oder was? Ja, darf ich? Ah! Ich kann... Oh. Danke. Ich wollte schon sagen, ich kann das nicht schaffen, aber es geht. Hi. Danke. Das ist großartig, danke. Nicht gut. Nicht gut. Der ist ja wieder... beim Bewusstsein. Ich weiß nicht. Nein. Danke Gott für was auch immer. Wir haben fast sterben wegen dieser B**** mit einem Ritchie-Trigger-Finger. Das war dumm. Das war... Dad! Ah! Hä? War er vielleicht derjenige, der gebissen wurde? Ist er derjenige, der gebissen wurde? Nein! Nein! Sei verrückt! Es ist sein Herz! Meine P****! Ähm... Nitroglycerin-P****? Ja! Wir sind weg! Wir haben versucht, in die Pharmakie zu kommen, seitdem wir hier sind. Bitte versuchst, in da rein! Behind the counter, wo die P**** sind! Ja, wir schaffen das irgendwie. Wir müssen schaffen. Hm. Wir werden in da irgendwoher kommen. Vielen Dank. Wir brauchen Nitroglycerin-Pilz. Bitte in da. Ich schaue mich auf mein Vater. Alle anderen sollten sich leichter und schauen, was man für etwas benötig ist. Wir können hier ein bisschen sein. Ich beginne zu denken, dass diese Drogstorin nicht eine permanent Lösung ist. Du bist richtig. Das ist nicht genau Fort Knox. Was sagst du? Wir brauchen so viel Gas wie möglich, damit wir alle aus der Untertitelung machen können. Fast. Entschuldigt. Dann gehe ich raus und hole Gas. Es ist ein Motel, nicht zu weit von hier. Nach dem Ende der P****. Ich arbeite meinen Weg nach dem Weg und dann schlaue ich zurück, schlaue ich, was ich kann. Na ja, wenn du das machst, könntest du denn die Stadt auch gut. Du kennst deinen Weg rundherum? Lokal? Born und geboren. Wenn du das machst, hier ist ein Walkie-Talkie, wenn du in einen tiefsten Ort kommst. Hoffentlich. Du wirst es nicht brauchen. Cool. Clementine hat die andere. Check in with her and get back here as soon as you can. Und du? Was ist dein Name? Es ist Lilly. Mein Vater ist Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. Das ist richtig. Und du? Du wirst ein eye on that front door. Du bist unser Lookout. Das ist Doug. Du hast es. Und ich bin Carly. Okay Carly. Du wirst in mit Doug, wenn er braucht es. Für jetzt noch ein Rest. Du bist ein guter Schatz. Und ich würde es so halten. Du hast es, Boss. Jetzt gib ihm diese Pille. Gut. Wir müssen jetzt nach Pille suchen. Aber wir gucken erstmal die Zeitung an. Central High-Tech State. Papers sind eine Woche alt. Es fühlt sich wie Jahre. Radio. Ich kann nicht mehr arbeiten. Hier. Ich schau mal. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm, ich glaube, das wird alles nicht so. Batterieklappe. Ah! Ah, keine Batterien drin. Gut, also wir sollen jetzt nach Batterien und nach Pillen suchen. Aber erstmal reden wir mit dem Doug. Auch wenn wir ihn nicht kennen. Nichts, Glückwunsch. Willst du nach außen schauen, um sich zu sehen? Heh, ich bin noch nicht zufrieden. Nein, das Garten da ist geöffnet. Wir können vor der Store sitzen und sind okay. Hm, ja, komm. Oh, das sind ganz schön viele. Da kommen wir nicht durch. Ich denke, wir sind einfach zu essen. Ich denke, das ist nur... ...eat. Ich denke, das ist alles, was ich gerade. Und wenn jemand einen Sieg? Ich denke, das ist alles. Und wenn jemand jemanden ist, kommt zurück zu einem. Wie? Ich denke, es muss mehr als ein paar Tage bevor alles wird. Ja, ich denke so, auch. Wir sollten es gut nach unten kommen. Schau mal, was da drin ist. Schau mal, was da drin ist. Oh, verdammt! Was? Kennst du diesen Mann? Er könnte ein Drogstor-Aufgabe sein. Also du sagst, er könnte die Pharmazie-Keyse haben? Ich sage, er könnte die Pharmazie-Keyse haben. Ich weiß nicht, es könnte jemanden sein, du weißt? Sie beginnen zu schlafen und werden alle schlafen und... Hör auf, Dark. Was hat er denn? Schau an die Uniform. Er könnte in der Drogstor-Aufgabe sein. Er hat mit Keyse in seinem Schlauch. Es kostet viel Erfolg, um es sicher genug zu machen, zu gehen und sehen, ob er die Keyse hat. Wenn wir irgendwie zeigen können, dass er hier gearbeitet hat, denke ich, es wäre wert. Ich werde sehen, was ich finden kann. Hast du die Leute versucht, in den Schlauch zu kommen? Ich habe es, aber es war zu risiko. Und dann ein paar Leute kamen und sie haben versucht. Und was ist passiert? Ich denke, es sind die meisten von denen du siehst, über die da draußen wandern. Und die Fernsehladen. Und die Fernsehladen. Was machst du? Wir können nicht mehr darüber nachdenken, um zu gehen zu gehen, ohne die Keyse zu gehen. Für sicher. Du hast auch wieder recht. Dann gehen wir wieder rein. Okay. Dann schauen wir uns drinnen erstmal um. Wir müssen uns vergewissern, dass der Typ da draußen die Schlüssel hat. Ah, ich habe gedacht, das Spiel ist abgestürzt. Aber nein. Wir suchen Fotos. Hm. Familie. Grußkarten. Können wir die Kasse auch blündern? Nein. Ich bin entschuldig, dass dein Freund von den lebenden Karten aufgetrunken wurde. Schade. Oh, eine Batterie. Das ist schön. Er wird sich Carly freuen. Aber wir brauchen zwei. Zeitungsausschnitte. Okay. Noch mehr Fotos. Und ich werde sie sehr gut erinnern. An was will ich sich denn erinnern? Kenny, Katja und Duck. Hey, Lee. Vielleicht war es nicht so eine gute Idee. Es waren schlechte Pläne. Er sagt, der Typ, der nicht in der Mache getrunken wurde. Und wir, Katja und ich, wir freuen uns, deinen Unterstützung. Danke, Lee. Wie geht es, Duck? Er ist okay. Es war nur ein Schock. Wir sind Glück als Hölle. Niemand hat auf dem Weg in den Weg getrunken. Oh, Mann. Wie geht sie? Ich sage einfach mal, dass die Familie dort ist. Dann haben wir es vom Tisch. Die Familie ist tot, also... Das ist verrückt, Lee. Ja, naja. Sie scheint sich selbst zu beantworten. Sie ist nur eine kleine Mädchen, Ken. Lee sagt, sie hat Tage alleine. Das braucht Schwierigkeiten. Aber du hast keine Ahnung, welchen Emotionen zu tun, die zu ihr, jeden Moment, ihre Familie ist weg. Was ist der Plan? Ich denke, es ist ziemlich gefährlich. Also, wir sollten uns warten, um die Dinge zu entfernen. Du sagst, deine Familie ist von hier in Macon? Das stimmt. Wo sind sie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kat, es ist nicht unser Geschäft. Ich bin nicht sicher, dass sie es geschafft haben. Wir passen einige Hände auf den Weg in, und die Dinge sind ziemlich schlecht hier. Okay, alles in Ordnung mit euch. Haben sie ja gerade gesagt. Eine Sekunde. Klar. Ja, sowas kommt vor, wir müssen nicht nochmal drauf rumhacken. Ja, okay. Ich versuche, es gehen zu lassen. Ja, okay. Ich versuche, es gehen zu lassen. Wir müssen einfach zurück in Fort Lauderdale gehen. Wir machen unser Bestes. Diese Batterie sollte das Radio fit sein. Great, danke. Es sieht aus, dass niemand eine Chance hat, nichts zu verdienen, bevor das alles runterging. Hey, da. Hi. Kann ich dir was besorgen? Ich bin okay. Vielleicht bin ich ein bisschen hungry. Ich werde sehen. Gibt es was Neues von Glenn? Nichts. Ist er okay? Ja, ich denke so. Du machst einen guten Job. Also, ähm... Sind du okay? Was? Ja, ich bin gut. Ich bin einfach... Ich bin gut. Das ist gut. Ja, ich denke so. Ich bin gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Wir sitzen fest. Okay. Alles okay? Mhm. Alles klar. Wir wollten ihm den Energieriegel geben. Danke. Natürlich. Zum Schluss. Dass die um Clementine gekümmert. Ich würd sagen, den anderen, den geben wir jetzt einfach mal Doug. Weil der hat den Schock hinter sich. Ja, den gibt man Duck. Aber wo ist die andere Batterie? Da ist noch eine Energieregel. Geh mal hin. Ah, da ist die Batterie. Boah. Lichte die einfach auf den Boden. Gut. Dann können wir euch einen geben. Ja, aber ich gebe mal keinen, weil ihr wart jetzt nicht so unbedingt gut. So. Und den anderen geben wir einfach mal Carly. Carly. Keine Ahnung, wie du ausgesprochen hast. Wie wirst du ausgesprochen? Erstmal geben wir ihr die Batterie. Und hier ist noch eine. Du solltest jetzt arbeiten können. Und den Energieregel. Oh, äh, danke. Du bist willkommen. Du bist sicher, dass deine Frau es nicht braucht? Sie ist gut. Ich habe versucht, sie zu füllen und zu wateren. Du bist ein guter Begeber. Dankeschön. So. Funktioniert es denn nun? Es funktioniert noch nicht? Ja, ich kann es nicht herausfinden. Lass mich auf das Ding nehmen. Geh mal hin. So, jetzt müsste es funktionieren. Wir drehen das nochmal um. Es sind jetzt zwei Batterien drin. Richtig? Ja. Weil ich glaube, können wir wieder zumachen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Look von dem Spiegel selber habe. Gut, jetzt drücken wir einfach mal auf Power. Nichts. Drehen wir mal die Lappenstärke. Nichts. Sind die Batterien vielleicht falsch drin? Ja. Tatsache. Ja. Geht doch. So. Jetzt. Ah. Steve. Okay. Ist ja gerade irgendwas. Kennt sie die vielleicht? Hehehe. Was? Tapfer. Was? Tapfer geschlagen. Well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about five feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole. But, you know. Yeah. Der Typ hat dich gerettet? That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart. And that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kinda cute. In that parents basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. Okay, und wie bist du hier gelandet? Wie bist du hier gelandet? Wir gingen auf, um den Cherryblossomfestival zu coveren. Real hartes Hütten-Stuff. All right. Sounds worth it. Alles okay? I'm fine. Alright, then. We don't need to talk about it. Danke. Es gibt nichts, was ich jetzt tun kann. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum er sich so Sorgen gemacht hat. Hm, das ist Lees Familie. Warum hat er das gemacht? Oha. Nur ein Bild. Was? Hm. Hm. Hm, nein, haben wir nicht. Nein, ich habe einen Grunde genommen. Du bist ein guter Mann, und das letzte was wir brauchen ist drama. Du hast diese kleine Mädchen zu beachten. Schau, nicht mich falsch an das. Ich habe nicht gedacht. Gut, denn wenn das länger dauert als ein paar Tage, und du bist ein Detrimine zu der Gruppe, dann haben wir ein Problem. Ich höre dich. Hm, ich würde einfach Danke sagen. Danke. 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 Die Kinder kamen hier, hoffen, sie zu überleben. Aber es sieht aus, dass einer von ihnen geholfen wurde. Ich wundere, ob mein Vater war. Ich versuche, ein Hero zu sein. Ich werde sie zumindest zu retten. Deswegen hat er gesagt, er will sich das hier nicht vorstellen. Bewegen Palette. Oh. Ein Stock. Ein Stock. Ein G-Stock. Können wir den Schock mitnehmen? Ne. So. Tür zur Apotheke. Schreibtisch befähigen. Besser diese Tür zu klären, hm? Kann ich helfen? Natürlich. Hier geht's. Schau dir die Finger in den Schrauben. Das war ziemlich schrecklich, was. Dinge haben schrecklich, hm? Ja. Es ist nicht gut. Ich weiß nicht, warum alle verrückt sind. Ich auch nicht, Clementine. Niemand macht das, ich glaube nicht. Ich glaube, mein Vater macht das. Okay, hier geht's. Da schön. Hast du Kinder? Nein. Hast du keine Familie? Ich würde sagen, reden wir nicht darüber. Weil, ich glaube, die Kleine sollte das jetzt noch nicht so erfahren. Let's not talk about that. Do you play sports? I play soccer, but I don't really like it. I'm not crazy about it either. All right, a little further. Ich würde ihnen keinen Vorwurf machen. Jetzt hat er's doch gesagt. Ja, wenn er das gesagt hat, dann sagen wir das jetzt auch. Jetzt hat er's ja doch nicht gesagt. Was ist denn das? Oh, nee. Ich habe meinen Finger verholt. Ist er schmerzt? Ein bisschen. Nicht gut. Ähm. Wir hatten doch hier so einen Verbandskasten. Genau. Verbinden wir erstmal den Finger. Schau mal an den Finger. Wie? Es tut mir leid. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered up. Yes, please. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? Ich glaube nicht, dass sie jetzt zurückkommen werden. Ich glaube nicht, dass sie jetzt zurückkommen werden. Sie wollen, dass sie sicher sein werden. Wir finden sie, wenn wir können. Ich habe meine Walkie-Talkie, in der sie versuchen, dass sie das so versuchen. Bleib bei mir bis dahin, okay? Gut. Fernsegerät. Dad, hab ich das Auto für das Ding in hier. Irgendwann. Glückwunsch, da ist nichts, was ich in hier brauche. Es ist der Remote zu meinem Vater. Das ist das, was ich begonnen habe. Es funktioniert nicht. Hm. Und hier können wir auch nicht raus, wa? Die Kiege sind auf dem Zombie, da in der Straße. Gut, dann gehen wir da nochmal raus. Nein. Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Nein. Nein, das war er nicht. Oh, war er schlecht? Er war. Einen Mitarbeiter hier war. Vielleicht glaubt er uns jetzt. Ja, will ich. Sehen wir uns mal um. Okay. Hey Mann, was machst du? Wir können nicht mehr über die Tür gehen, wenn die Schläge raus sind, für sicherlich. Was ist das? Es universal. Ich kann es programma um mit den TV über die Straße. Ich hoffe, dass die Kraft noch nicht auf. Du kannst nur das? Ich habe alle die Codenzeiten, als ich in der A.V. bin. Ich habe alle die Codenzeiten. Ich kann es versuchen, dass die Tür zu arbeiten. Ich hoffe, dass die Kraft noch nicht auf. Aber leider nicht alle. Genau. Ich kann es nicht erreichen. Im Ziegelstein könnten wir das Ding da aufmachen und dann... Perfekt. Äh, die Dinger mögen Fernsehen. Genau. Willst du jetzt mit dem... Willst du mich verraschen? Hey Mann, was machst du? Wir können nicht mehr über die Tür gehen, ohne dass die Schläge raus sind, für sicherlich. Ich habe keine Hilfe, dass die Schläge hat. Wie kannst du sicher sein? Ich habe das in der Office gefunden. Der Mann in der Fotos hat hier gearbeitet. Die Schläge sind auf ihm. Es ist so gut ein Bett, wie wir es können. Ja, ich glaube. Wir müssen einfach herausfinden, wie sie rauskommen und sie bekommen. Ihr braucht nicht lange, oder? Nein. Nur ein paar Sekunden. Vielleicht gibt es eine Art, um sie zu enttäuschen und dir ein bisschen Zeit zu kaufen. Ich habe die Schläge auf den Weg. Mach es öff. Doug, willst du diese Tür öffnen? So. Du hast den Kampus, oder? Nein. Naja. Naja. Guck, Mann. Es gab viele Dinge, die hier in die Tür versucht haben. Und jetzt können wir nicht zurück auf die Straße gehen. Aber wir haben auch einige egregieere Feuer-Code-Volationen. Naja. Naja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Aufnahme ging. Ich hoffe jetzt einfach mal, ihr kriegt zwei vernünftige Folgen. Naja. Aber jetzt wollte ich erst mal sagen, wenn euch die beiden oder die eine, ich mache jetzt eigentlich nur das Auto für die vierte Folge ist das dann, glaube ich. Ja, das müsste die vierte sein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Und ja, die nächste Folge wird dann wieder ein Together sein. Also, darauf könnt ihr euch freuen. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Was jetzt noch mit den Kor nasst ein? Wie war das eine noch? Wie war das mit einem Sch Никite in meinen NDR外? Und da habe ich auch irgendwie verättpost. Vielen Dank.